Also ich bin die Haas Celina, ich komme aus Eckenfelden und bin dieses Jahr mit der Schreinerausbildung fertig geworden. Gelernt habe ich beim Bylon Demmel Hoover, das ist ein großer Innenausbaubetrieb in Töging und da bin ich dieses Jahr fertig geworden. Also ich habe als Gesellenstück einen kleinen Schreibtisch gebaut, also eigentlich hauptsächlich so für einen Laptop. Ich habe ihn Modular Desk genannt, weil er so kleine Module hat, die halt verschiebbar sind. Ich habe mir halt überlegt, wie schaffe ich es, den Schreibtisch möglichst schlicht und klein und leicht zu bauen. Und da habe ich mich dann eben entschieden, zum Beispiel für jetzt das Eschenholz, weil es relativ robust ist. Oder bei der Arbeitsplatte habe ich geschaut, okay, welche Materialien gibt es, die ich auch mit einer möglichst dünnen Dicke irgendwie verbauen kann. Und da bin ich halt dann auf die Kompaktplatte eben gekommen von Phoenix. Das Besondere an meinem Gesellenstück sind eigentlich so die drei Schienen hinter der Arbeitsplatte. Das Besondere ist jetzt eine Kabelhalterung. Also da kann man zwischen den Schlaufen Kabel dann einspannen, sodass die hier halten. Als Zweites kann man da hinten eine Stifterschatulle sehen, die ist auch auf den Schienen frei verschiebbar. Und von den Maßen so, dass genau Stifte reinpassen mit kleinen Messingbändern. Besonders stolz bin ich eigentlich auf das X aus Messing, was hinten in dem Schreibtisch verbaut ist. Da hinten. Das war eigentlich, ist aus der Not gekommen, weil der Schreibtisch ein bisschen gewackelt hat. Und da musste ich mir irgendwas überlegen, um den Schreibtisch wieder stabil zu machen. Und dabei ist dieses X aus den Messingstangen ja entstanden. Also die sind außen ins Holz dann in die Gerampermuffen reingedreht. Und da in der Mitte kann man die dann an dem Ring mit Hilfe von Muttern einfach Muttern dann spannen. Und somit wackelt der Tisch nicht. Und es war eine sehr filigrane Arbeit, diese Stangen auch reinzudrehen und dass alles perfekt passt und dann wirklich gut ausschaut. Bei der Schublade, die habe ich von allen Seiten gezinkt mit einer offenen Schwalmschwanzzinkung. Und da war es mir besonders wichtig, dass man von allen Seiten wirklich diese traditionelle Verbindung sieht. Deswegen habe ich eine innenliegende, oben geführte Führung gewählt. Die Besannheit an der Führung ist, dass sie eben innen geführt ist, innenliegend und oben, sodass man die Führung von außen nicht sieht. Da unten ist es bloß ein bisschen abgerundet. Das ist dann der Griff. Warum bin ich Schreinerin geworden? Also erstens, weil es mir total Spaß macht, irgendwelche Möbelstücke selber zu entwerfen. Und als Schreiner kann man halt dann diese Entwurfsideen auch einfach umsetzen. Und wenn man am Ende sieht, dass man dann irgendwie das Möbelstück aus irgendeinen Gedanken dann gebaut hat und es einfach stehen sieht, ist das eigentlich ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, dass man das kann.